Let's play Minecraft Skyblock Ja hallo Leute, zurück zu Minecraft Oh yeah, unseren Let's play Minecraft Skyblock Survival Game Ja, und wie wir sehen können wird es wieder Nacht Irgendwie am Anfang des Parts ist immer so ein kleiner Ruckler und die Maus kriegt sich nicht ein Das ist mir auch schon aufgefallen Und ja, was werden wir jetzt mal als nächstes machen Ich werde ein nächstes Archivements abschließen Nämlich Ja, abgeschlossen Wir haben unsere 40 Stone Bricks erreicht Oh, Entschuldigung Und da haben wir jetzt auch schon 10 Dinger 4 Stück Reichen Und zwar Und in der Kiste liegt auch noch ein Teil Dings Ja, da sind es ja Wenn Pisa Sollen wir uns hinwagen Naja, ich leuchte mal hier alles aus Ich habe keine Bock, dass hier irgendwas spawnt Deswegen Ausleuchten Da nochmal was hin Ich weiß, es ist noch leicht unsymmetrisch Aber das werden wir schon irgendwann hinkriegen Ich hoffe, dass unten dabei noch nichts gespawnt ist Ziemlich schlecht So, ich setze mal auf jeder An jeder Nicht auf jeder Sondern an jeder Ecke Solche Dinger hin Genau Und worum wird es in diesem Part gehen Wir werden uns dann Um die Farm kümmern Um die Bones Die ich brauche Und ja Was noch Wir werden versuchen Noch die restlichen 20 Archivements abzuschließen Da fehlt noch die Zuckerrohr-Farm Brauche ich mal schnell an Wo ist denn mein Zuckerader? Und eine Kakteen-Farm Genau So Die Kakteen-Farm Stelle ich mal nach unten Falls da irgendwann mal ein Monster kommen Kann ich so Bär machen Da durchrennen Und dann sind sie kaputt So Und jetzt nochmal die Schill-Farm Das heißt Wir Boah, was da abgeht Bist du nahrisch Ich glaub Den könnte ich mal Entfernen Ah, bin ich dumm Ich Ich Wenn man ja drauf tritt Dann geht das ja von alleine weg Nur Ich hab das vergessen Wieder mal Naja So Was ich in diesem Bad gerne klären möchte Ist folgendes Warum kommt denn der Zu sich Keine anderen Projekte Das hat folgenden grund Denn Schule und so Letzt hat viel zu tun Jetzt wird sozusagen schon Ernst Ja Nehmen wir mal Auf jeden fall Es ist Jetzt ein bisschen stressiger geworden Das ganze Und ja Da kann ich Kann ich halt nicht so viel produzieren Ich hoffe ihr habt das Verständnis dafür Wann beginnt die zweite staffel Wo ich auch schon gefragt Bisschen gedulden Ich bin noch am rendern Nicht mehr am produzieren Sondern am rendern Ähm Ja Aber warum ich nicht schneller Ränder Das ist folgendes problem Ich hab's bei einer freund Von mir aufgenommen Weil ich da einfach mal kurz zeit hatte Und Die Teilübertragung Äh Ja genau Du kannst doch mal Weg gehen Boah Jetzt braucht die keine Seine Diese blöde Scheißspinne Er schießt euch doch noch Alles selber ab Haha Und dazu noch fröhliche Musik Was gibt's schöneres Tada Ich hab da mal gerne Eisen Wär auch schön Haha Das heißt Wir werden uns dann eh bald Mit diesem Dungeon System beschäftigen Und jetzt Leute Hier Genau hier Unter diese Kommentare Schreiben Soll ich das wirklich vollziehen? Soll ich wirklich dieses Dungeon System machen? Oder seid ihr dagegen? Was sollt ihr? Stand und schreibt es in die Kommentare Dazu ist sind die Kommentare Da Und ja Das muss ich jetzt gesagt haben Damit ich endlich weiß Ob ich mich an dieses Dungeon System Oh Gott Dieses Dungeon System Dransetzen soll Oder es eher lassen soll Weil ja Ich hab wie gesagt Nicht so viel Zeit Und deswegen muss ich das wissen Ob ich das machen soll Oder nicht Weil ich will ich jetzt Also Ich würde sich unnötig Zeit verschwenden Und ja Fang kommt Monover 2 Kommt nächste Woche wieder Wann kommt Äh FIFA wieder Das kommt dann Wenn es mich freut Nur bei FIFA Hab ich noch ein Problem Es ist halt so Die meisten Kommentare Handeln eigentlich davon Boah Ist so scheiße Ich mein Hallo Es geht eigentlich nur um Spielspaß Und das Let's Play Und nicht um das Ganze Und nicht um die Mannschaften Und das finde ich halt ziemlich nervig Deswegen habe ich mal eine kurze Pause In FIFA eingelegt Weil ich einfach keine Lust Hat mir das Ganze zu lesen Und ja Ich bin auch jetzt nicht Ich bin jetzt auch kein Auer Fan Ich hab nicht viel mit Auer zu tun Ja Boah Was hier abgeht Das ist ja richtig heftig Ja geil So Dann Gehen wir schon mal Die nächste Archiv Und Aufgabe Folgendes Was so Oder so Yeah Und dann Und dann Wieder unseren Kürbis ernten Äh Fail Melone meint ich Auf Aha Ein Hunter Läuft Wie gesagt Mein Let's Play Together mit ihm Und auf Tor Crafter Läuft auch das Let's Play Warum zwei Einfach so Weil es mich freut Und ich eigentlich Ja Nicht Mich kurz Sozusagen für sie Opfer Ne Das klingt So komisch Nein Also ich meine Eigentlich gerade Folgendes Die Zeit Die ich zur Verfügung Hab Setze ich mich Hier an Let's Play Skyblock Und Ja Und wenn es Irgendwie auch noch geht Versuche ich Auch dort Denen zu helfen Also Mit denen Let's Play Together Zu machen Und Ja Langsam Nervt das Soll ich Ja Fick Hallo Wenn ich das jetzt Aufmache Bin ich im Arsch Soll vielleicht Irgendwie so Lava Oder so Eine Farm Bauen Dazu Brauchte ich Aber Lava Soll ich Ich mach jetzt Das folgendes Fail Ich hoffe Das geht Sich aus Ah Scheiße Bitte Sag Dass Ich Aus Geht Haha Blöder Pisa Wie er Mich Anschaut Ja Hallo Da bin ich Spring Komm Na Du bist Aber Ein Feiner Oh Kakteen Ja Geil Kakteen Weg Kaktus Entschuldigung Warum Ist meine Tür Weg Ey Was Geht Mit Dem Ab Alter Ich Kann mir Mal Grad Erklären Was Das Soll Ich Check Es Grad Nicht Springt Ihr Da Nicht Drüber Oder Was Ja Komm Nein 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 Ah 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 Angst Wo bist Du Komm her Da Kriegst Du meine Lanze Rein Arschloch Siehst du Was ich Mit deinen Kollegen Gemacht Hab Komm her Ne Ja Bitte Geh In die Lava Boah Alter The Creeper Mach mich Doch Ganz Kehre Nein Was soll noch Ist Nein Verpiss Dich Geh Weg Von Meinen Feldern Ja In den Kaktus Boah Wollen Mich Doch Alle Verarschen Hier Boah Nicht Noch So Ein Viech Was Was Schnauze Bäm Bäm Und Bäm ich hätte gerne spinne fahren als erstes bauen wir uns das war noch mal die melone ab und danach bauen wir uns den riesen bild und bei uns mal zehn maschungs weil ich will endlich diese aufgabe fertig haben es nervt auch leist aber zuerst glaube ich mal das holz weg wo viele werden schon sehr hilfreich über den körper aber ich kriege keine spinnenseile was ich nicht sehr nett finde auf jeden fall bauen wir jetzt mal holz für unser aus weil ich will mein haus aus holz und kabel machen wer das jetzt irgendwie noch so ein scheiß so gehen wir noch mal rein wir haben ja schon ist sehr funktionierende sachen was mich ziemlich freut wir haben eine monster spawnanlage wir haben genug bauen wir für wollen wir einfach so mal so so zum spaß so groß zu ziehen sozusagen ich weiß ja richtig gut wir könnten sogar tnt machen glaube ich ich habe noch nie mein leben tnt gemacht ich habe es mir nur immer erschüttert sei ehrlich weil es jetzt nicht ist es geht gehen sollte warum geht der mist nicht ich glaube das wollen wir sagen warum kann ich die pilze nicht groß ich fehle nein keine blume sie ist weg oder nein ich habe sie zusammen geben wir mal in kiste da 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 brauche ich nicht aber warum kann jetzt verdammt mal kein pilz groß ziehen hallo hallo geht doch ja und dann machen wir uns eine leckere bildsuppe das wird richtig gut werden die begabte behaupte so dann weg mit dem dreck boah heute bin ich ja wieder mal sehr 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 reiben lustig aufgelegt habe ich schon erwähnt dass mw2 eine xoche starten wird wenn nicht dann wisst ihr es jetzt ähm boah wie viel pilze hier rumliegen cool 19 richtig gut ich hoffe da kommen jetzt elf pilze raus so drei haben wir schon sehr cool sehr cool da kommt ja auch noch dran eigentlich könnte man sich aus pilze so ein haus bauen mit so riesen pilzen die ganze zeit so groß züchten und dann daraus ein haus bauen ja cool ist wenn man mit der schere auch die pilze abbauen also so diese blöcke kriegt das herr mal cool idee ich glaube wir fehlen auch noch 34 schiefmerz das sind halt die mit kürbissen da habe ich keine ahnung aber auf dem kürbissen redet ja cool so jetzt hätten wir dann eigentlich schon zwei kürbis dinge das kommt weg und das kommt rein ja so soll es und muss es sein so weg daher ja cool richtig gut so jetzt wollen wir uns mal die dinge ans ich brauche wird neun fail zack ja und dann hier top 2 und da hin und dann war noch was ein extra extra platt weiß ob ich zu wenig platz habe noch eine kiste ja sehr nice sehr nice und ja ich sag's nochmal von ricardo ist das ich weiß es ist cool das hängt aber jetzt noch drinnen boah ich glaube ich hätte mir das nie merken es wird schon wieder dunkel so ich glaube dass es jetzt wieder dunkel wird müssen dann 20 minuten vorbei sein für heute ich habe nämlich keinen timer jetzt mit deswegen ich nehme jetzt noch ein bisschen auf und dann so nach gefühl werde ich dann aufhören aber ich will wieder mal richtig die show stehlen deswegen war ich noch ein bisschen da erzähl noch was hoffentlich nichts mehr weiß ich erzählen könnte aber ja etwas behindertes wird mir schon einfangen so was fehlt mir noch genau hier muss ich aufbauen ich glaube das ist genug hier ist dann die fläche hier 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 ja was euch stört dass ich dazu immer singe aber ich finde das sieht auch so genial ist geil kopf 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 mir den trommel bied ja mhm ja kopf kopf das ist richtig gut aha sie gefällt mir so hier mal eine fläche bauen soweit so gut ich glaub schaut doch schon richtig geil aus uns rinsel uschbaba uschbaba ja aha 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 genau und wegen 150 abonnenten smash hat mich wer gefragt ja es kommt eines lasst euch überrascht was es ist es ist ein eher älteres oder älteres war es gar nicht aber ein ziemlich lustiger spiel ich gibt es dann auch noch auf mega upload drauf so dass es ihr runterladen könnt ja ich hoffe ihr habt spaß dabei wenn nicht und ob ich mich zeigt das weiß ich nicht aber ich glaube eher nicht derzeit ich habe noch nicht das hat kann es ihnen sagt so und nächstes holz ehrlich gesagt da ist nicht dass ich hier baue ich wollte einfach mal frisch drauflos denn ich will ja mir endlich mal mein haus schaffen dazu brauche ich erstmal kabel stone und ja die stiegen sind gleich da also hier ist mein haus drinnen das bekommt bei einstiegen rein das dann der eingang das war ich dann halt so hier auch fell ich fähle gleich beim zweiten block kaputt doch der könnte eigentlich bleiben ja ach scheiß drauf wird das viel cooler so als hier offener ist so ich würde da mal sagen das war es dafür in heutigen geholfen war von uns hat das ziemlich geil aus finde ich ich könnte mir hier dann sozusagen zum balkon hinbauen genau das mache ich das ich habe eine super idee wenn ich wenn ihr wollt könnte ich sie jetzt noch sagen nämlich ich brauche mich hier dann ja hier noch eine größere fläche das haus und dort war ich dann mir so hier oben keine ahnung da eine schießanlage runter und schließt die zombies einfach ab ist doch eine geile idee so den trägt nämlich auch mit soll jetzt das neue lied beginnen ja geh weg gefällt mir nicht so gehe ich noch mal die sachen rein und dann will ich mich bedanken fürs zusehen wartet ich gehe auf die neue plattform warum nicht wenn ich sie schon gerade verbaut habe so dann bedanke ich mich fürs zusehen ich hoffe ihr hattet wieder in dieser folge sehr viel spaß und ja dann bedanke ich mich nochmals und tschüss bis zum nächsten mal wenn es wieder als minecraft skyblock